Maite Kelly ist eine echte Powerfrau. Sie hat eine unglaubliche Bühnenpräsenz und zieht das Publikum mit ihrer Energie und Leidenschaft in ihren Bann. Sie ist nicht nur eine erfolgreiche Sängerin, die mit ihrer Musik die Herzen vieler Menschen berührt, sondern auch eine liebevolle Mutter von drei Töchtern, Agnes, Josephine und Solène. Ihre Kinder sind ihr ein und alles und sie verbringt so viel Zeit wie möglich mit ihnen. Maite meistert beide Rollen mit Bravour. Sie schafft es, die Anforderungen ihrer Karriere und die Bedürfnisse ihrer Familie in Einklang zu bringen. Auf der Bühne begeistert sie ihr Publikum mit ihrer Musik, ihren Texten und ihrer Ausstrahlung. Ihre Konzerte sind immer ein Erlebnis. Und zu Hause kümmert sie sich liebevoll um ihre drei Mädels. Sie liest ihnen Geschichten vor, spielt mit ihnen und sorgt dafür, dass sie sich geliebt und geborgen fühlen. Für Maite ist es wichtig, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Sie plant ihre Zeit sorgfältig und stellt sicher, dass sie für beide Bereiche genügend Aufmerksamkeit hat. Das ist nicht immer leicht, aber Maite schafft es. Sie ist eine Meisterin im Multitasking und lässt sich von den Herausforderungen nicht unterkriegen. Sie nimmt sich Zeit für ihre Töchter und ist immer für sie da. Egal wie beschäftigt sie ist, ihre Kinder haben immer Priorität. Selbst wenn sie auf Tournee ist, versucht sie, so oft wie möglich bei ihnen zu sein. Sie nutzt jede Gelegenheit, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben, sei es durch Videoanrufe oder kurze Besuche. Maite Kelly ist ein echtes Vorbild für viele Frauen. Sie zeigt, dass man seine Träume verfolgen und gleichzeitig eine fürsorgliche Mutter sein kann. Sie zeigt, dass man erfolgreich sein und gleichzeitig eine gute Mutter sein kann. Ihre Geschichte inspiriert viele, die ebenfalls versuchen, Beruf und Familie zu vereinen. Maite Kelly ist eine starke Frau, die ihren eigenen Weg geht. Sie lässt sich von nichts und niemandem aufhalten und verfolgt ihre Ziele mit Entschlossenheit. Ihre Töchter liebt sie über alles. Sie sind der Mittelpunkt ihres Lebens und geben ihr die Kraft, alles zu meistern. Sie sind ihr größtes Glück. Die gemeinsamen Momente mit ihren Kindern sind für Maite unbezahlbar und geben ihr die nötige Energie für ihre Karriere. Maite ist stolz auf ihre Mädchen und unterstützt sie, wo sie nur kann. Sie fördert ihre Talente und ermutigt sie, ihre eigenen Träume zu verfolgen. Maite Kelly ist eine starke Frau. Sie hat sich in einer oft harten und unnachgiebigen Branche durchgesetzt. Ihre Entschlossenheit und ihr Mut sind bewundernswert. Sie steht zu ihren Entscheidungen und zeigt, dass sie keine Angst hat, Risiken einzugehen. Ihre Entschlossenheit ist ein Beispiel für viele und lässt sich nicht unterkriegen. Egal welche Hindernisse ihr in den Weg gelegt werden, sie findet immer einen Weg, sie zu überwinden. Im Musikbusiness hatte sie es nicht immer leicht. Die Konkurrenz ist groß und die Erwartungen sind hoch. Sie musste sich gegen viele Vorurteile durchsetzen. Oft wurde sie unterschätzt, aber sie hat immer wieder bewiesen, dass sie es drauf hat. Aber sie hat es geschafft. Ihre Erfolge sprechen für sich und zeigen, dass harte Arbeit und Durchhaltevermögen sich auszahlen. Maite ist erfolgreich, weil sie an sich glaubt. Ihr Selbstvertrauen und ihre positive Einstellung sind inspirierend. Und weil sie starke Frauen im Rücken hat. Diese Unterstützung hat ihr geholfen, ihre Träume zu verwirklichen. Ihre Mutter und ihre Schwestern haben sie immer unterstützt. Diese familiäre Bindung ist ein wichtiger Teil ihres Erfolgs. Maite weiß, wie wichtig es ist, dass Frauen zusammenhalten. Solidarität und gegenseitige Unterstützung sind für sie von großer Bedeutung. Maite möchte anderen Frauen Mut machen. Sie will zeigen, dass sie ihre Ziele erreichen können, egal wie groß die Herausforderungen sind. Sie will ihnen zeigen, dass sie alles erreichen können, wenn sie nur an sich glauben. Ihr Beispiel zeigt, dass Selbstvertrauen und Entschlossenheit der Schlüssel zum Erfolg sind. Maite Kelly ist ein Vorbild für viele Frauen. Ihre Geschichte inspiriert und motiviert Frauen weltweit, ihre Träume zu verfolgen und niemals aufzugeben. Für Maite ist es wichtig, dass ihre Töchter starke weibliche Vorbilder haben. Sie sollen sehen, dass Frauen alles erreichen können, was sie wollen. Maite selbst hatte viele starke Frauen in ihrem Leben. Ihre Mutter, ihre Schwestern und auch ihre Freundinnen. Maite möchte ihren Töchtern beibringen, selbstbewusst und unabhängig zu sein. Sie sollen ihre eigenen Entscheidungen treffen und ihren eigenen Weg gehen. Maite ist sich sicher, dass ihre Töchter es weit bringen werden. Sie ist stolz auf ihre Mädchen. Sie sind selbstbewusst, unabhängig und stark. Genauso, wie sie es sich immer gewünscht hat. Maite Kelly ist Musikerin mit Leib und Seele. Sie liebt es, auf der Bühne zu stehen und ihre Musik mit ihren Fans zu teilen. Maite ist ständig auf Tournee. Sie gibt Konzerte in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf ihre Tourneen bereitet sich Maite akribisch vor. Sie probt jeden Tag mit ihrer Band, achtet auf ihre Fitness und ihre Ernährung. Maite will bei ihren Konzerten in Topform sein. Maite freut sich auf ihre Tourneen. Sie genießt es, ihre Fans zu treffen und ihnen eine schöne Zeit zu bereiten. Maite lebt für die Musik. Maite Kelly ist eine vielbeschäftigte Frau. Aber für ihre Töchter nimmt sie sich immer Zeit. Die gemeinsame Zeit ist ihr heilig. Maite unternimmt viel mit ihren Mädchen. Sie gehen ins Kino, essen ein Eis oder machen einfach nur einen Spaziergang. Maite ist eine richtige Glucke. Sie liebt ihre Töchter über alles und ist für sie da, wenn sie sie brauchen. Egal, was ist, Maite ist eine tolle Mutter. Maite, Kellys Töchter, sind ihr ein und alles. Sie sind ihr Halt und ihr Sonnenschein. Maite ist dankbar für ihre Familie. Nähe und Distanzfankontakt nach Corona. Maite liebt ihre Fans. Sie sind der Grund, warum sie Musik macht. Maite ist ihren Fans sehr dankbar. Nach der Corona-Pandemie hat sich der Kontakt zu ihren Fans verändert. Viele Fans sind zurückhaltender geworden und halten mehr Abstand. Maite respektiert das. Aber sie freut sich auch über jeden Fan, der auf sie zukommt und mit ihr sprechen möchte. Maite ist froh, dass sie wieder Konzerte geben kann. Sie genießt die Nähe zu ihren Fans und hofft, dass die Pandemie bald vorbei ist und alles wieder so wird wie früher. Maite Kelly weiß, wie es ist zu scheitern. Sie hat viele Höhen und Tiefen erlebt, die sie zu der starken Person gemacht haben, die sie heute ist. Sie hat selbst einige Rückschläge in ihrer Karriere einstecken müssen. Es gab Zeiten, in denen sie an sich selbst zweifelte und sich fragte, ob sie jemals ihre Träume verwirklichen könnte. Aber sie hat nie aufgegeben. Trotz aller